Herzlich willkommen zur ersten Folge Mox Mark Mangas. Ist so ein Format, was ich mir jetzt ausgedacht habe. Den Namen habe ich mir natürlich ausgedacht. Und ich immer mal wieder so über Mangas reden möchte, die ich eigentlich zur Zeit lese. Maybe manchmal auch die ich gelesen habe. Vielleicht auch schon ein bisschen länger. Eigentlich wollte ich heute erst über Monster reden. Ich habe Monster gestern Abend durchgelesen. Dachte aber doch irgendwie, naja, ist ein bisschen blöd, weil ich will mir irgendwie mehr Gedanken dazu machen und mir noch so ein paar Sachen dazu anschauen und so. Und noch ein bisschen darüber nachdenken. Maybe nächste Folge. Ja, heute wollte ich über Dandadam reden. Ich habe mir Dandadam gekauft. In diesem, was ist das so, Baby-Schuber von Crunchyroll. Ich finde sowas eigentlich mega nice. Ich glaube, Dandadam kostet irgendwie 7,50, 8,50. Und in diesem Schuber 10 Euro kriegt man direkt zwei Stück. Ist halt mega cool. Und er ist jetzt, ja natürlich nichts krasses, aber ich finde es eigentlich immer ganz cool, so Mini-Sachen. zu machen. Ja, jedenfalls vorher will ich nur erst mal sagen, danke für das ganze Feedback auf dem letzten Video. Das ist krank. Also eigentlich immer so Aufrufe irgendwie so bei 50 und mir ist es auch jetzt nicht, also mir ist es jetzt nicht so wichtig, wie viele Aufrufe ein Video an sich bekommt. Weil ich es ja eh nur so Hobby-mäßig mache. Aber da dachte ich echt so, boah, krass, Alter. Also ich denke, das liegt ein bisschen daran, dass ich halt die Sammlung gezeigt habe und das Thema halt wahrscheinlich für viele interessant ist. Trotzdem, danke auf jeden Fall für alle neuen Leute und so. War mega froh, auch generell die Kommentare durchzulesen. War seit, boah, Alter, seit, was weiß ich, wie vielen Jahren jetzt, sage ich mal, auf dieses YouTube, also wenn man sich nur auf YouTube konzentriert, krass auf jeden Fall. war also seit, was weiß ich, wie vielen Monaten mal wieder, sage ich mal, mega interessant jetzt so. Ja, auf jeden Fall danke erstmal dafür. Jedenfalls habe ich ja gesagt, neue Videoreihe, Mox, Marc, Mangas oder Manga. Will ich jetzt immer über Manga reden, die ich gerade lese. Ja, eigentlich hatte ich auch immer vor, über Manga zu reden, die ich bereits durchgelesen habe. Bei TanaDan ist es jetzt schwierig, weil es halt noch nicht zu Ende ist und bisher sind die ersten zwei nur draußen. Es gibt, glaube ich, im Mai den dritten Band. Ich weiß nicht, wie viele davon es noch geben wird. Ich habe ohne jetzt nicht nachgeguckt vorher, bis die hier gucken. Ja, eigentlich habe ich immer vor, das zu machen, manchmal halt nicht. Immer je nachdem, einfach gucken. Eigentlich immer das, worauf ich Lust habe. Jedenfalls ist es halt so ein Pappdinger hier. Könnt ihr euch holen. Also wie schon mal gesagt, wenn ihr vorhabt, das euch zu holen nach der Review, dann holt euch lieber das, 10 Euro, das im Einzelband, 57 steht hier. Also ist Quatsch, sich da noch eins zu holen. So sehen die beiden Manga von vorne aus. Ich fände die Cover eigentlich ganz cool. Muss aber sagen, also was ich vor allem cool finde, ganz kurz, ich finde die Backcover ziemlich cool, weil die ja jedes Mal anders sind und jedes Mal zum, sag ich mal, zum Hauptplot in diesem, halt in diesem Band einfach führen. Also hier und hier jeweils. Fände ich sehr cool. Ich habe jetzt nachgeguckt, wie die anderen Bände aussehen. Also man hat auf jeden Fall immer vor, dieses Schema weit zu behalten mit der vorderen Person und einer hinteren Person. Ja, maybe wird das vielleicht irgendwann ein bisschen langweilig, aber bis jetzt finde ich es echt cool. Sieht ein bisschen spacey, schon fast ein bisschen comicbuchmäßig aus. Jedenfalls, worum geht es in Dandadang? In Dandadang ist quasi ein Mädchen, die auf eine Schule geht und die sich von einem Typen getrennt hat und dann halt ein bisschen sad ist und dann jemanden kennenlernen und zwar, ich kann meinen Namen auch nochmal schlecht merken. Ich glaube Okorun hieß der. Ja, Okorun. Also das sind die beiden Hauptcharaktere. Einmal, oh, spoiler jetzt ein bisschen. Ja, ich kann auch einfach das sagen. Das ist einmal Okorun und das ist Momo. Momo ist, sag ich mal, die Hauptprotagonistin, aber im Endeffekt sind es beide. Es ist halt so eine Art Du und sie beschützt ihn quasi vor so einem Rüpel und dadurch geraten die so ein bisschen aneinander, kommen auch so ein bisschen ins Gespräch und er ist halt sehr ein krasser Nerd und sie ist halt ein bisschen, sag ich mal, die eher, wie soll ich sagen, sie ist sehr selbstbewusst, sie ist, sag ich mal, auch eher beliebt so bei den Leuten. Er ist halt ein extremer Einzelgänger und es stellt sich halt heraus, dass er halt sehr interessiert so an Ufos, Aliens und sowas ist und sie halt vor allem an Geister glaubt. Einfach durch den Fakt, dass er, ist das jetzt ein Spoiler, wenn ich das sage? Keine Ahnung. Jedenfalls, er glaubt gerne an sowas Übernatürliches und sie hat aufgrund ihrer Familie einfach diesen Drang zu diesem geistreichigen Sachen, keine Ahnung und machen dann halt ein Challenge und zwar sagen die, du, also sie sagt zu ihm, Okorun, du gehst jetzt einfach mal in den Tunnel da soll nämlich ein Geist sein und wenn da wirklich ein Geist ist, wirst du quasi mein Leibwächter. Er sagt, Ok, Digga, können wir machen, dafür gehst du aber in dieses eine Hochhaus, da sollten anscheinend immer Aliens Leute entführen und wenn das halt passiert, musst du halt meine Sklaven werden. Beide machen sich dann auf den Weg und was dann herauskommt, ist, dass beide halt jeweils das finden, wonach sie quasi gesucht haben. Also er findet einen Geist und sie findet Aliens. Sie wird dann quasi von Aliens entführt, ist ein bisschen wie habt ihr South Park die S-Folge gesehen mit der Analsonde? Ja, sowas ist das quasi. Also sie wird entführt von den Aliens und die Aliens sehen so ganz komisch aus. Vielleicht finde ich hier gerade mal ein Bild, weil ich blende es nicht ein. Ich blende es nicht ein, Alter. Habe ich hier ein Bild von Ja, das kann ich gleich nehmen, das Bild. Warte, diese Aliens sehen quasi so aus. Also sie sehen ein bisschen aus wie so eine Art Puppen. Ist auch mehr so eine Art Maskerade, also so eine Maskerade, oder so eine Art Maske. Und die entführen die halt und wollen wie, ähm, ja, wie ein bisschen bei der Analsonde, wollen sie sie halt einfach, ja, benutzen. Also jetzt, also okay, das war jetzt nicht so bei der Analsonde, aber quasi dieses Sexuelle. Und zwar will hier zum Beispiel ein Typ, fährt halt seinen Penis aus, Digga, und will die halt befruchten, um halt deren, äh, deren Volk einfach, äh, vorzupflanzen, weil die sich nur selbst klonen können. Deswegen sehen die alle gleich aus. Äh, die hatten auch bisher nur Männer und deshalb interessieren sie sich halt auch nur für Frauen. Und, ja, wahrscheinlich war das so, dass diese Nerds immer in dieses Hochhaus gehen und die Aliens, die Jungs halt nicht entführt haben, weil die halt auf eine Frau gewartet haben. Genau. Ähm, gleichzeitig kriegt halt Okarun, also, er hier, er, äh, trifft in dem Tunnel auf eine Geisterfrau und zwar die alte Oma und, äh, ne, die Turbo-Oma, die Turbo-Oma und, ähm, die Turbo-Oma verflucht ihn und quasi ist jetzt eine Art, ist jetzt so ein Teil von ihr in ihm drin und sie ist auch heiß auf seinem, auf seinen Dick. Also, das ist generell bei Danna dann so, es ist sehr, es ist sehr, wie soll ich sagen, es nimmt sich nicht so allzu ernst und es ist viel dieser Japanisch-Humor, also sehr viel dieses Sexuelle, es geht fast die ganze Zeit irgendwie über Sex, irgendwie hat alles irgendwie mit Sex zu tun oder mit irgendwelchen Penissen oder Titten oder Arsch oder keine Ahnung, aber mit Eiern und, ähm, ja, jedenfalls ist er dann in so einer Art, wie soll ich sagen, Gießform, die ist dann noch hier zu sehen und rettet sie dann auch. Durch diese Untersuchung kriegt sie dann halt auch diese Aura und zwar, die ist halt so, so in ihrer Familie drin ist, so eine Art Chakra hat sich freigesetzt und dadurch entwickeln die beiden halt ein Duo und deren Aufgabe besteht jetzt darin, sein, Digga, das ist so dumm eigentlich, deren Aufgabe besteht jetzt darin, seinen Penis von der Turbo-Oma zu holen, damit er, er seinen Penis halt wieder hat, Digga, so, das ist quasi der Plan und, ähm, ja, er kann sich halt einfach durch diese Turbo-Oma, durch diese Energie, die diese Turbo-Oma ihm gegeben hat, in diese Kreatur verwandeln, ist halt halt mega schnell und sie kann durch ihre Aura-Technik ihn, sag ich mal, ein bisschen kontrollieren, weil er halt so so eine Art, wie soll ich sagen, quasi ein bisschen so wie der Hulk, also er, er ist jetzt nicht, er hat nicht die Kräfte von einem Hulk, aber quasi, er würde sie auch angreifen, deswegen muss sie, ihn da immer so ein bisschen zurückhalten und, ähm, das ist quasi die Story von Dunderdan und es geht hauptsächlich um dieses Duo und, ja, das ist, äh, so die Story, es geht jetzt nicht nur darum, seinen Penis holen, also es ist jetzt nicht der Hauptblut, der ändert sich immer mal wieder und es kommen auch immer mal wieder neue Charaktere hinzu, aber hauptsächlich finde ich Dunderdan gut, wegen den beiden Charakteren, also erst denkt man so, ja, okay, es ist halt die, sag ich mal, die eher hübschere, trifft auf den Nerd-Typ, aber ich finde, das ist eigentlich mega gut umgesetzt, deren Dynamik, vor allem nachher, wenn die so in der Schule sind und die sich eigentlich zum Teil gar nicht mögen, zum Teil irgendwie doch mögen, das klingt jetzt übelkittig, aber es ist wirklich gut gemacht irgendwie, wie die da so in der Schule so miteinander interagieren und sie auch vielleicht ein bisschen, ja, nicht so gern mit ihm gesehen werden möchte und sie auch immer wieder betont, sie hat irgendwie ein bisschen Angst, mit ihm gesehen zu werden, weil sie irgendwie Angst hat, dass Leute schlecht über sie reden und er ist einfach nur froh, dass er eine Freundin gefunden hat und ja, das finde ich vor allem gut. Es ist auf jeden Fall weird, ich würde auf jeden Fall sagen, wenn ihr so Chainsaw Man und sowas mögt, es ist aber, es ist ein bisschen wie Chainsaw Man, würde ich es vergleichen, aber es nimmt sich halt viel weniger ernst, es ist halt viel mehr, geht es halt um Sex und sowas, also es geht nicht um Sex, aber so ein Geschlechtsorgane so und es ist halt sehr weird, aber was ich sagen muss, die Zeichnungen sind wirklich extrem krass, ich suche hier gerade mal, ob ich hier irgendwelche Zeichnungen finde, zum Beispiel das, also es ist halt unheimlich heftig gezeichnet, auch das Paneling und so, es ist richtig krass, es ist auch richtig episch und es ist auch richtig spannend und obwohl ich jetzt diesen japanischen Humor jetzt eigentlich gar nicht so feiere, also dieses, wenn man irgendwie über Penisse redet oder so, weil es halt sehr plump ist, muss ich sagen, ich habe schon zwischendurch schon lachen müssen, weil es halt echt so dumm ist, es ist so komisch, aber an sich würde ich dann auf jeden Fall empfehlen, also 10 Euro, wenn ihr gerne sowas lest, sowas eher komisches, sowas einzigartiges, was es aber auch nicht langweilig wird, würde ich es euch auf jeden Fall empfehlen, für 10 Euro zwei Bände, wenn es nicht euers ist, dann könnt ihr ja immer noch aufhören, danach sind ja jetzt quasi nur 10 Euro, für zwei Bände geht es auf jeden Fall komplett fit, würde ich sagen, ja, die Zeichnung, wie schon mal gesagt, mega gut und bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht, ich glaube, 11. Mai kommt das dritte Buch, ich hoffe, ich habe nicht irgendwas vergessen, ihr könnt ja irgendwie in den Kommentaren schreiben, falls ihr Lust habt, wo ich jetzt demnächst drüber reden möchte, dauert halt immer so ein bisschen, aber ich denke, meine nächste Folge wird über Monster sein, aber mal gucken, dann, tschüss.